Der Obtenhöfer, der ja bekannt durch Schlag den Rab wurde, bekommt jetzt eine neue Sendung. Und zwar die Sendung Rat mal, wie alt ich bin. Und da denke ich mir, diese Quiz-Sendung, die werden auch immer dümmer und plumper. Was für ein scheiß geistiger Abfall ist bitte schön das? Raten, wie alt wer ist? Was machen wir als nächstes? Eine mene muh und raus bist du oder was?